Sie schlagen im Morgengrauen zu, mitten in Bordeaux. Etwa zehn Polizisten durchstöbern das Haus auf der Suche nach Diebesgut. Und sie werden fündig. Hunderte Flaschen der edelsten Tropfen, manche sind über 1000 Euro wert. Der Besitzer legt Quittungen vor, aber die Polizei ist nicht überzeugt. 350 statt 1000 Euro, was für ein Preisnachlass. Kam Ihnen das nicht ein wenig komisch vor? Der Mann wird der Hehlerei angeklagt. Aus Angst vor Dieben bringen immer mehr Franzosen ihre Weine in speziell geschützte Weindepots. Stéphane Leblanc ist einer von ihnen. Er hat für seine Sammlung mehrere hunderttausend Euro ausgegeben und ist im Besitz einzigartiger Weine. Er wagt erst gar nicht, sie zu Hause zu lagern. Ich habe keine chronische Angst oder so, dass mir meine Flaschen von irgendeinem Verbrecher gestohlen werden könnten. Aber das Depot ist in der Tat sehr gut geschützt. Gerade deshalb mache ich mir weniger Sorgen. Seine Flaschen befinden sich in guter Gesellschaft. Auch Privatpersonen, Restaurants und Auktionshäuser bewahren hier ihre Schätze auf. Für diese Millionenwerte reicht eine einfache Alarmanlage nicht aus. Wir haben eine Videokamera, die die ganze Woche überläuft und das 24 Stunden am Tag. Wir haben auch modernste Bewegungsmelder. Und dann gibt es noch eine Panzertür. Und erst hinter dieser Tür ist der Wein unserer Kunden gelagert. Die teuersten Flaschen unter ihnen sind um die 10.000 Euro wert. Solche Vorsichtsmaßnahmen hat der französische Feinkosthändler Elia schlicht verschlafen. Die für Gourmet und Weinkenner weltbekannte Adresse wurde dieses Jahr beraubt. Die Beute, rund 100.000 Flaschen im Gesamtwert von 400.000 Euro. Gestohlen in wenigen Minuten. Manche sind so selten, dass sie nur schwer verkäuflich sind. Sie dürften also nicht mehr auf dem Markt erscheinen. Ansonsten würde man sie ausfindig machen können. Bei Drohau, einem der bekanntesten Auktionshäuser von Paris, ist schon öfter geklauter Wein gelandet. Alexandre de Clouet legt die Eingangsgebote von Weinen und Spirituosen fest. Er amüsiert sich über die Unprofessionalität so mancher Diebe. Einmal wusste der Dieb nicht, wie er die Weinflaschen verkaufen kann. Also hat er es hier versucht. Das aber war dumm, denn natürlich musste er damit aufliegen. Wie Diebesgut sonst noch verkauft wird? Na, im Internet, denn da ist es schwierig, die Diebe ausfindig zu machen. Wer auf Nummer sicher gehen und kein Diebesgutverkauf bekommen will, ist bei den renommierten Pariser Feinkosthändlern an der richtigen Adresse. Ihre Spitzenware wird vor Langfingern geschützt und liegt im Keller oder ganz oben im Regal. Hundertprozentig sicher fühlen sie sich hier aber auch nicht. Ich fürchte mich vielmehr vor den Weintransporten und vor Raubüberfällen während dieser Transporte als vor Überfällen direkt beim Weinhändler. Natürlich gibt es die, aber noch sind sie eher die Ausnahme. Immer mehr französische Weinhändler sehen sich vor. Hinter einfachen Kellertüren wird wohl kaum einer mehr seine Flaschen lagern, schon gar nicht in der Weihnachtszeit. Vielen Dank. Vielen Dank.